Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über einen möglichen Bitcoin ETF sprechen und was das für Auswirkungen auf den Markt haben könnte und zum anderen möchte ich darüber mit euch sprechen, warum in Kanada die Bitcoin Besitzer weiter steigen. Doch bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen, falls euch dieses Video gefällt und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und auch zukünftig keine Videos mehr verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. So und wir gucken uns jetzt natürlich vorher erstmal die aktuelle Situation auf der Seite coinmarketcap.com an und wir sehen, dass der Bitcoin aktuell das Market Cap wieder um knapp 1 Milliarde US-Dollar anheben konnte auf 107 Milliarden US-Dollar. Der Preis liegt aktuell pro Bitcoin bei 6273 US-Dollar und das Trading Volumen hat sich, ja ich würde sagen stabilisiert auf ungefähr 3,5 Milliarden US-Dollar. Hier gibt es ja immer mal wieder einen entsprechenden Peak oder eben auch einen Abfall des Trading Volumens, aber in der Regel kann man so sagen, dass wir im Durchschnitt so zwischen 3 und 4 Milliarden US-Dollar in den letzten Wochen gelegen haben. Und der Change sieht eben ein Plus von 1,24 Prozent in den letzten 24 Stunden vor. Wenn wir uns das mal mit anderen Kryptowährungen hier angucken und vergleichen, dann sehen wir, dass wir, denke ich, relativ gut unterwegs sind. Zwar nicht besser als die anderen Werte in der Top 10, aber dennoch ziemlich gut, würde ich sagen. Und wir haben zum Beispiel EOS, die hier mit 4,63 so ein bisschen, also Prozent plus, entsprechend herausstechen und ein bisschen besser performen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was ein Bitcoin ETF eben für Auswirkungen hätte auf den Markt und ob er eben tatsächlich wahrscheinlich ist. Und zwar geht es darum, eben Bitcoin ETF durchaus möglich, Bitcoin Bull Run Incoming, wo es ja darum geht, dass die Kurse des Bitcoins dann wieder steigen könnten. Das Ganze wird hier so ein bisschen beleuchtet, woran das genau liegen könnte oder wann auch der Stichtag dafür ist. Und das gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an. Und zwar könnte es am 10.8. ein grünes Licht für einen Bitcoin ETF geben. Das ist erstmal Fakt Nummer 1. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass die Entscheidungen des SEC nochmal um 45 Tage verschoben werden bzw. verlängert werden. Das würde also bedeuten, dass wir spätestens am 24. September mit einer Entscheidung rechnen können. Und das wäre natürlich eine starke Nummer, wenn das tatsächlich durchgehen würde. Wir kennen das ja aus dem Jahr 2017, dass die Winkelvoss-Zwillinge bereits ein Bitcoin ETF beantragt hatten, der aber abgelehnt wurde. Zu dem Zeitpunkt sah es ja kurstechnisch und auch aufgrund der Volatilität ein bisschen anders aus mit der aktuellen Situation. Aber das hat sich natürlich entsprechend gewandelt. Und in dem Fall geht es dann eben darum, dass der Solid X Bitcoin ETF dann durchgewunken wird. Das ist jedenfalls der ETF, der hier entsprechend beantragt wurde. Und es gibt eben auch verschiedene Aussagen von verschiedenen Unternehmern, die eben hier auch ihre Meinung kundgetan haben. Zum einen haben wir zum Beispiel den Präsidenten von Logic Box Inc., Jeremy Goemart. Ich unterschätze die Notierung und den Handel mit Aktien von Solid X Bitcoin Shares. Dieser Fonds zielt auf vermögende Anleger ab, sodass ich kein Risiko für Privatanleger sehe. Ich denke, ein ETF, welcher tatsächlich durch Bitcoin gedeckt ist, im Gegensatz zu Futures, viel gesünder für den Markt und wird mehr Stabilität einbringen. Außerdem hat sich Ryan, ja, ich kann ihn nicht aussprechen, dazu noch geäußert, wir fordern nachdrücklich, dass dieser ETF genehmigt wird, um mehr Unternehmen zu signalisieren, sich für mehr Regulierung zu engagieren und diesen Markt für alle, die sich engagieren wollen, sicherer zu machen. Wir haben natürlich den Vorteil, in dem Moment, wo ein ETF freigeschaltet oder eben auch genehmigt wird, dass es eben entsprechende Versicherungen gibt. Also das heißt, in dem eine Art Schutz, dass man eben sein Geld in gewisser Weise nicht ganz so einfach verlieren kann. Natürlich, wenn man in die falsche Richtung oder beziehungsweise auf diesen ETF dann entsprechend Geld setzt und der Preis zum Beispiel weiter absinkt, dann hat das natürlich immer negative Auswirkungen auf die entsprechenden Investoren. Letztendlich hat man ja mit dem ETF auch die Möglichkeit, verschiedene Anlagemöglichkeiten eben auszuschöpfen, indem man zum Beispiel mit einem ETF oder über einem ETF entsprechende Aktien oder ähnliches eben erwirbt. Und hier hat man natürlich auch in gewisser Weise die, sagen wir mal, Sicherheit geschaffen, aufgrund der Marktkapitalisierung hier einen konstanteren Markt eben erschaffen zu haben. Wir halten seit einigen Monaten schon oder sogar einen Ticken länger über 100 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Und hier hat man natürlich in gewisser Weise viele Unternehmen, die aus der Fiat-Welt kommen, die sich jetzt für dieses Thema auch interessieren und interessieren müssen, um eben den Anschluss nicht verpassen zu müssen. Technologie ist immer etwas Schnelllebiges und Unternehmen, die gewinnorientiert wie zum Beispiel Banken und so weiter aktiv sind, die müssen natürlich auch gucken, dass sie den Sprung nicht verpassen. Außerdem haben wir in der Vergangenheit ja immer das große Problem gehabt, dass Investoren immer so ein bisschen Angst davor hatten, in den Markt einzudringen, weil sie natürlich nicht selber sich einen Wallet kaufen möchten, um dieses Wallet dann einzurichten oder sich irgendjemanden zum Beispiel anstellen, um eben dieses Wallet einzurichten und zu verwahren. Die viel elegantere Lösung ist ja, wenn eben ein Dienstleister diese Dienste für einen übernimmt. Wir haben ja Xapo schon aus der Vergangenheit gehört, die hier Cold Storage Anlagen anbieten auf der Welt, um eben dort Bitcoins oder andere Kryptowährungen zu verwahren. Da haben wir natürlich aber das Problem, dass man eben nicht sehr schnell auf dieses Kapital zugreifen kann, um es zu veräußern oder ähnliches. Und hier möchte man eben auch von Seiten Coinbase zum Beispiel mit dieser Custody-Lösung entsprechend dieses Feld eben erobern und eben den Investoren die Möglichkeit bieten, hier eben sehr, sehr einfach Geld investieren zu können in den Markt und sich hier aber nicht viel Gedanken über zum Beispiel Verwahrung der Bitcoins Gedanken machen zu müssen oder wie funktioniert eigentlich ein Wallet und was ist eigentlich ein Private Key und so weiter und so fort. Also hat man hier schon mal den richtigen Weg, um eben auch Investoren ein rundum sorglos Paket eben anbieten zu können und denen eben auch ein entsprechend vertrautes oder beziehungsweise vertrauenserweckenden Service eben bieten zu können. Außerdem haben wir natürlich auch den Punkt, dass mehr regulierende Maßnahmen immer mehr Sicherheit auch bieten gegenüber den Investoren, die eben in den Markt kommen. Natürlich ist das immer für die, sagen wir mal, Core-Mitglieder aus der Community immer so ein bisschen problematisch, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass man jetzt auf einmal doch reguliert wird, was ja eigentlich der Bitcoin ursprünglich nicht mehr sein wollte oder sollte. Da ist aber immer die Frage, inwiefern das ohne Regulierungen möglich ist. Wir würden niemals eine ETF oder andere Anlagemöglichkeiten durchbekommen, wenn es keine regulierenden Maßnahmen gibt und letztendlich ist ja jeder Anleger aus verschiedenen Gründen in den Markt und wenn wir eben daran denken, dass wir vor allem eben Geld investiert haben, um Rendite zu bekommen, das ist glaube ich so das Ziel Nummer eins, dann muss es nun mal auch in der Zukunft weitere regulierende Maßnahmen geben, um eben Unternehmen voranzubringen, damit sie sich entwickeln und dass sie eben auch rechtlich auf der richtigen und sicheren Seite sind und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Werkzeuge, um neue Investoren eben ins Boot holen zu können und genau diese regulierenden Maßnahmen, die sind eben notwendig, um diese Investoren reinzubekommen und wir haben ja auch in der Vergangenheit schon mitbekommen, dass Kryptowährungsbörsen immer stärker reguliert werden und dass immer mehr Informationen auch preisgegeben werden mussten und das ist natürlich für den Anleger wieder nicht die beste Variante, aber man hat natürlich auch die Möglichkeit für jeden, der sich irgendwo mal Bitcoins gekauft hat oder ähnliches, diese dann eben nicht dort zu verwahren, sondern diese dann entsprechend runter transferieren zu können auf ein Hardware Wallet, um da so ein bisschen wenigstens abgeschirmt zu sein von der Kontrolle in Anführungsstrichen der Börsen selber. Und ja, wir haben eben wie gesagt schon darüber gesprochen, dass der ETF sehr, sehr viele Chancen eben auch bietet und man geht hier eben davon aus, dass wenn dieser ETF tatsächlich genehmigt wird, dass es dadurch zu einem Bullrun eben kommen kann, das heißt also zu einem Bullenmarkt, dass der Kurs wieder stark anfängt zu steigen und das ist natürlich eine sehr interessante These wieder, die würde sich dann wieder sehr gut mit den Preisprognosen von verschiedenen Tradern oder beziehungsweise Unternehmern eben decken, die in der Vergangenheit ja verschiedene Preiskurven und Kursverläufe eben prognostiziert haben. Es ist natürlich ganz klar so, in dem Moment, wo traditionelle Investoren in den Markt strömt, die eben dann eine gewisse Sicherheit eben auch haben, weil sie eben Dienstleistungen bekommen, weil es eben Versicherungen gibt, weil ich eben in einem regulierten Umfeld mich eben bewege und da Geld investiere, dann ist das natürlich etwas, was den Markt wieder nach vorne bringen wird. Ganz klar, in dem Moment, wo große Investoren kommen, gibt es große Kaufsignale, dann gibt es natürlich auch wieder die weitere Entwicklung. Ob es tatsächlich so passieren wird am 10. August oder eben erst im September. Das steht natürlich absolut in den Sternen. Niemand kann das vorhersagen und ich persönlich bin auch sehr gespannt, was in der nächsten Zeit eben passieren wird, denn das ist auf jeden Fall eine der Entwicklungen, die wir zukünftig auch brauchen, um den Markt weiterentwickeln zu können und vor allem aber auch unsere Renditen eben mitnehmen zu können aus dem Markt, in dem wir schon vor einiger Zeit eingestiegen sind. Ganz interessant ist auch noch zu wissen, dass diese Solid X Aktie, dieser Bitcoin ETF, aktuell dann einem Wert von 25 Bitcoin entsprechen würde, was natürlich schon eine gigantische Summe ist und die in der Regel nicht von privaten Anlegern gedeckt werden kann. Aber wenn dieser ETF durch ist, kann es natürlich auch in anderer Art und Weise eben die Möglichkeit geben, dass weitere folgen werden oder dass andere Aktien dann eben auch entsprechend angeboten werden. Also von daher eine sehr spannende Entwicklung und ein sehr spannendes Thema und wir sind denke ich alle sehr gespannt, was in der Zukunft so passieren wird. Was ich hier noch zum Abschluss habe, ist eben ein kurzer Artikel über den Besitz in Kanada von Bitcoins. Wir reden ja bei Kanada von ungefähr 36 Millionen Einwohnern, die in dem Land leben und damit haben wir natürlich auch interessante Anleger, die hier in dem Markt unterwegs sein können. Und wir haben am 14. Dezember den Präsidenten der Kanadischen Zentralbank gehört, der hier sich extrem negativ ausgesprochen hat in Bezug auf die Kryptowährungen und in Bezug auf den Bitcoin und der eher davon abgeraten hat, dies tatsächlich als Geld anzusehen oder als Währung. Und das ist natürlich so eine negative Tendenz. Und dann gab es eben seit einer Studie, die erhoben wurde, die eben zwei Jahre lang lief, in der eben so ein bisschen ermittelt werden soll, wie überhaupt der Besitz aussieht und vor allem mit welchem Hintergrund die Kanadier überhaupt Geld in Kryptowährungen investiert haben. Wir haben hier Zahlen und zwar steht hier, dass hier 2016 insgesamt 2,9 Prozent der Bevölkerung im Besitz von Bitcoins waren und im Jahr 2017 hat sich das bereits auf 5 Prozent der Bevölkerung erhöht. Das ist natürlich schon mal eine schöne Steigerung. Und dann geht es eben darum, wie nutzten die Kanadier eigentlich die Kryptowährungen, warum sind sie in den Markt eingestiegen? Insgesamt sind 2016 29 Prozent dieser anscheinend 2,9 Prozent der Bevölkerung in den Markt eingestiegen, weil sie eben für die Technologie interessiert haben. 39 Prozent, weil sie eben Einkäufe und Überweisungen tätigen wollten und 12 Prozent, weil sie den Bitcoin als Investition angesehen haben. 2017 hat sich diese Zahl dann wieder gewandelt. Nur noch 9 Prozent interessierten sich für die Technologie dahinter und auch nur 9 Prozent haben tatsächlich den Bitcoin für Einkäufe und Überweisungen benutzt. Und der Hauptgrund waren vor allem Investitionszwecke. 58 Prozent. Also das heißt, hier haben wir auf jeden Fall eine gewaltige Schwankung, beziehungsweise die Zahlen haben sich stark verändert und man nimmt das den Bitcoin oder Kryptowährungen eher als Anlagemöglichkeiten wahr. Außerdem hat sich ebenfalls die Informationsdichte quasi erhöht. Das heißt also 64 Prozent der Befragten kannten 2016 den Bitcoin. 2017 waren es bereits 85 Prozent in der Altersgruppe von 18 bis 34. Was natürlich bedeutet, dass wir eine sehr kaufstarke Altersgruppierung haben, die sich für das Thema interessieren und die dieses Thema eben auch verfolgen. Gut, ich hoffe, euch hat dieses Thema und diese Information heute gefallen. Falls sie euch gefallen haben, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zukünftig nicht mehr verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.